Hallo, Grüß Gott und guten Tag! Manuel Dero hier. Viele meiner Schülerinnen und Schüler mit der Gitarre haben für uns einige Videos aufgezeichnet. Momentan haben wir ja ein bisschen Schwierigkeiten mit Vorspielen vor lebendigem Publikum wegen der vielen Kontaktbeschränkungen und so haben wir uns entschlossen in diesem Frühjahr anstelle eines lebendigen Konzertes vor lebendigem Publikum ein Videokonzert zu gestalten. Alle haben also bei sich zu Hause oder in der Natur oder sonst irgendwo ein Video aufgezeichnet für uns und wir hören, was die Schülerinnen und Schüler diesem wunderbaren Instrument Gitarre alles für schöne Töne entlocken können. Viel Vergnügen! Musik 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 . 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 Amen. Hallo, ich bin der Julia Märchen und ich will für euch das Anantino von Matteo Carcassi spielen. Amen. 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 Und ich möchte euch heute das Anantino von Ferdinando Carcassi vorspielen. Ferdinando Carcassi 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 Musik Das war's für heute. 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 Großartig. ganz, 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 ganz Vielen Dank.